Krasse Tricks von Spielerentwicklern. Je mehr Aliens man in Space Invaders besiegt hat, desto schneller wurde das Spiel. Der Grund war, dass es dadurch weniger Objekte gab und der Computer das schneller abspielen konnte. In Fallout 3 gibt es eine Mission, in der man als Baby spielt. In Wirklichkeit ist man aber gar kein Baby, sondern nur der geschrumpfte Spieler. Sieht man aber natürlich nicht.